Hallihallo herzlich willkommen zur wunderschönen neuen Folge zu einem wunderbaren Train Fever ja wir wollen jetzt mal wieder ein bisschen mehr an das Plus kommen zumindestens war das nämlich mein Plan und wir haben jetzt hier hinten eine neue Linie etabliert noch mal sichtbar genau aber die RB Bruella Holm und KS Kroger haben wir ja noch kein wie soll man das sagen noch kein keine Terralangleichung nicht möglich wird nicht veralbern so geht doch wieso wird mir dann sagen dass Terralangleichung nicht möglich ist das und das und ja so auf jeden Fall machen wir mal Bom 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 bauen wir einfach mal eine Straßenbahn da lang und so ja kommt der hier noch raus alles klar so da würde ich sagen erst mal eine wunderbaren unter die Bäume so schön so ja das reicht eigentlich würde ich so behaupten Tram sichtbar und äh zack 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 so da haben wir dann hier Tram sichtbar Koga, Tram, Cars, Koga, Koga, BHF, so, weil das ist nämlich schon die wichtigste Hauptlinie, wo ich das sehe, und am besten noch so eine Tram, so ein Tram Depot irgendwo hin, wo es nicht stört, ja, da stört es nämlich auch, da auch, ich will nämlich auch nicht, ich will nämlich auch gern was abreißen, deswegen mache ich es hier hin, und pflanze da, genau, alles klar, so, oh, was haben wir, was haben wir, oh, alles klar, ist alles kein Problem, 1, 2, 3, 4, äh, Tram, Cars, Koga, BHF, Ah, wie schön, so, dann haben wir das nämlich, das nämlich 35 Sekunden, die sind richtig gut ausgelastet, so, ähm, und ich hätte mal, wir machen hier noch so eine Tram, Trambahn, Tram, 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 so, so, Konditionen bei Terranangleichung, ah, da, sieh an, sieh an, ja, dann, äh, machen wir das hier hin, und dann müsste das eigentlich rein theoretisch richtig gut funktionieren, so, so, neue Linie, cack, 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 Koga-Zentrum und... So, alles klappt. Da haben wir das auch erst mal soweit bestätigt, dass wir hier richtig gut fahren können. So, genau. Da können wir jetzt eigentlich die Eisenbahn fertig machen. Zack. Eisenbahn sichtbar. Linke Spur. Ähm... Oh, da kommt gleich was. Da kommt gleich was. Intercity. VR. Ja. Natürlich ganz gut. 160. Hm. Ähm... 175. 150. So... 1, 2, 3, 4... Äh... 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 6 Minuten... Ist natürlich... Äh... Naja... man könnte noch so ein Ding gebrauchen. So... 1, 2, 3, 4... So... 1, 2, 3, 4... So... ein bisschen hobbisch. Ist das Ding. Und da kann man nämlich dann noch erweitern Richtung, ähm... Säffle. Müssen wir erst mal gucken, wie... Inwiefern das... Machbar wäre. So... Ist klar. Der fährt ein und der fährt jetzt ein. So... Säffle mal jetzt bei 4 Minuten. Na gut. Mal gucken. Was am Ende rauskommt. So... Was am Ende dann raus... kommen wird. Zumindest hoffentlich, dass es ein bisschen was rauskommt. Äh... Mal gucken... Wir machen... Gewinn... Hier... Ja... Man könnte Gewinn machen. Mit den Gütern. Hier haben wir knapp eine Mehr und Minus. Aber das... Ich glaube... Wenn das so einschlägt wie in der Bombe... Dann bin ich auch dafür, dass es einschlägt. So... Oh... 29... Alles klar... Hier hinten ist nämlich noch nichts... Oh... Einen... Einen... Eine Linie etablieren. Sehe ich gerade. Äh... Bus... Pro... Transfer... So... Bus... Die Straßenfahrzeuge sind jetzt auch langsam wieder am... Am Limit. Äh... Hier der Holzzug... Der ist auch am Limit. Äh... 16... Äh... 580... Ja... Wagen... Güteröl... Holz... 80... ... ... ... ... ... ... ... Leider ersetzt werden. So... Mal gucken... ... ob man die Busse ersetzen kann. So... So... Öl... Öl... Lkw Warenlücke... So ist klar. Damit das nehme ich auch erstmal. Ah, hängt schon wieder. Ich weiß aber auch nicht wovon das kommt. Ah, immer dieses hängen. Ich weiß immer nicht woher das immer kommt am Ende. Aber dafür wird es gleich entlohnt und fertig. So. Es muss ja nicht immer ganz, muss ja nicht immer so gut laufen wie es ist. Ähm, aber ich mache immer noch keine Millionen damit. Ah, endlich. Gut. Die Busse machen halt immer noch so viel Minus. Oh, dafür läuft das jetzt ganz gut. Dann kopieren wir das einfach und fertig. Äh. Okay, alles klar. Die Strahlenmann scheinen ein Problem zu haben. Wir brauchen ja eigene Spuren. So. Alles klar. Alles klar. Das sind die Trammen. Ach, die fahren ja darüber. Ja, das ist ja was. Aber der fährt ja nicht. Ja, die machen niemals so einen riesen Bogen. Also von daher glaube ich nicht. Aber man könnte hier anschließen. Man könnte da anschließen. Dann. Also viel wie die da rüber fahren. Dann. Genau. 15 das schon habe ich hier also allein schon transfer 57 und macht immer noch mal wie könnte man das doch langsamer machen einfach langsamer ich will doch nur verkleinern so wir haben neuen bus wir haben einen neuen bus und bitte lasst er billiger sein nicht wirklich aber wir können den immer trotzdem einsetzen so alles klar dann machen wir das so und ich würde dann sagen ich bedanke mich für zuschauen wenn es euch gefallen hat gibt einen daumen nach oben wir sehen uns dann für das erste dann wieder mal ich entschuldige mich dass immer so wenige folgen kommen aber ich habe ein netter zeit mit mir viel zu tun und halt lernen wie gesagt das habe ich schon erklärt und ich versuche das echt wirklich regelmäßig zu bringen und ich bedanke mich und ich sage dafür das erste tschüss ciao und auf wiedersehen bye 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 bye